Ich hoffe mal, die Hintergrundmusik ist nicht zu laut. Ich hab sie jetzt mal ein bisschen lauter gemacht. So. Wir können aktuell maximal ein Atmungs-EPP machen. Viel Wolfram haben wir denn eigentlich? Aktuell haben wir gar keins. Aber ich dächte, wir hätten irgendwo Sand gehabt. Irgendwo ist halt gut. Da hatte ich nur Döns reingetan. Hä? Ein wenig Sand. Komisch. Machen wir uns erstmal ein paar Barren. Ähm, das Eisen würde ich nicht alles verhökern. Okay, maximal zwei. Dann müssen wir wohl über der Übel noch mal runter und ein bisschen Sand holen. Wie nur Erde. Vielleicht hab ich den auch im Raumschiff drin. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Erstmal hier ein bisschen was saven. Ein paar Teile, die wir bekommen haben. Für unseren Mac müssen wir mit saven. Und noch mal mit hier rein. Und noch mal mit hier rein. Es wird ja langsam voll. Oh ja, ganz schön. Oh ja, ganz schön Gold. Barren. Ja. So, den Rest brauchen wir erstmal ein bisschen. Bräuchte halt mal noch eine Kiste für die ganzen Bücher. Nein, theoretisch hätten wir genügend Holz, um noch eine Kiste zu machen. Ich gehe mal Holz holen, dann machen wir uns mal eine Kiste. Dann müssen wir noch eine Kupferbahn machen, aber das macht nichts. Nein, das Regen funktioniert noch. Solange das hier wenigsten klappt. Wo sind jetzt die Möhren da? Oh, die ist gerade... Da ist gerade die Zwiebel fertig geworden. Im Grunde, wenn man die halt immer wieder nachgießt, dann geht das übel schnell, dass das wächst. Deswegen geht das dann, wenn man einen Sprenkler hat, übel schnell. Ach nee, lass mich doch... Ich will doch nur Holz holen, Kinder. Ich finde das nicht fair von euch. Ja, die zwei da unten wachsen nicht, weil die kein Wasser abbekommen. Eigentlich müsste es an Holz reichen. So. Jetzt müssen wir nochmal neue pflanzen. Wir müssen ja jetzt mittlerweile auch genügend zu essen haben. Wenn die Portale noch stehen, können wir ja die Portale mal machen. Ah, Mist. So. Mal sehen, ob der letzte überhaupt wachsen wird. Weil die doch recht nah aneinander stehen. Möhre, Möhre, Möhre. Möhre. Mal sehen, ob hier keine Möhre mehr hinpasst, aber eine kack Zwiebel, ne? Naja. Oh. Müssen wir kurz den Mental leeren. Zumindest von dem Saatgut. Da ist schon was verrottet. So, ansonsten sind wir recht leer. Also gehen wir mal ab nach unten. Gucken mal, ob die noch da sind. Da. Halten wir das auch mal kurz gefixt. Ich wollte mir jetzt eine Tür machen. Wo ist mein Pflasterstein? Wieso brauche ich für eine Holztür einen Pflasterstein? Ich weiß nicht, warum ich eigentlich teilweise gerne und teilweise nicht so gerne mit Steinen arbeite. Das dauert ein bisschen. Warte, reicht das schon? Ja. So, haben wir jetzt Holz mit. Oh, ich brauche ein bisschen Kohle. Ja. So, jetzt können wir uns jetzt aufmachen und ein bisschen uns mal eingraben. Ich hab mir jetzt hier einen. Bin ich wenigstens überdacht. Mein Stuhl. Da bin ich vergessen. Ich muss so bauen und dann schon wieder hochkommen. später müssen wir hier oben die Hälfte zubauen, weil das wird lange 100 pro nicht mein Teller schrägstich Mineneingang. Weil es ist halt cool, wenn man sich dann so einen quasi Mineneingang macht, wo man dann ganz schnell einfach bis zum Mittelpunkt der Erde kommt. was später mega praktisch ist erstmal. Man kann ja unendlich tief bauen und unendlich hoch bauen gefühlt. Da gibt's nicht viele Grenzen. Zumindest erstmal. Weil allein das bisher hinbauen und die ganzen Materialien dafür ist viel. Oh, Eisen. Ach warte, wir wollten ja die Türen machen gehen. Wenn sie noch stehen. Da war ja was. Wir sind ja auf dem anderen Planeten, wo wir uns schon mal eingegraben haben. Und ab die Post. Ja, meine Lieblingsleertaste. Wieso ist das hier Nacht? Finde ich gar nicht nett. So, mal gucken, ob ich sie wieder finde. Wenn sie denn noch da stehen. Wenn sie nicht mehr da stehen werden, würde ich sie auch nicht finden. Was? 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 Oh, spring. Schön. So. Glück habe ich mich ja schon mal irgendwo eingegraben gehabt. Hier hat man einen Abstecher gemacht. Ergasse? Nee, ich habe da keine Fackeln aufgestellt. Habe ich gerade eine Schnecke getötet? Ich kann mir gerade nicht vorstellen, dass ich hier leicht bin. Wenn hier keine Fackeln sind. Ich kann mir gerade nicht vorstellen, dass ich hier leicht bin. Ich kann mir gerade nicht vorstellen. Oder jemand hat meine Fackeln gefressen. Hier ist der Kasse. Hä? Klasse? Bin ich irgendwann falsch abgebogen? Ja, ein bisschen runter. Mal. Ich versuch' euch! Also, das ist eine Sauerkennung in conspirat. Mal. 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 Was habe ich gemacht? War noch bis runter? Wir sind Sackgassen. Geht mir irgendwie nicht üblich. Wie oft spawnt ihr bitte nach? Überseh irgendwie irgendwas. Alter, was geht hier? Ist irgendwie eine Monster-Party ausgebrochen? Verdammt. Komm schon. Zeig mal dein wunderhübsches Auge. Ist das irgendwie Sand irgendwo runtergefallen ist? Ist aber überall Sackgasse. Wir hatten uns auch schon eingekraben gehabt. Einziges, was ich mir vorstellen könnte, dadurch, dass ich versucht habe, den Fertile Arrow zu fixen. Von Fracking Universe. Dass mir das zerruppt hat. Weil ich das Universe auch gelöscht hatte. Das ist gar nicht mehr existiert. Das kann sein. Müssen wir uns neu eingraben? Da kann ich mich auch jetzt auf meinem neuen Basisplaneten eingraben. Vielleicht finden wir da auch nochmal Tore. Das war jetzt ärgerlich. Weil uns jetzt drei Tore fehlen. Aber wir werden später... Also wir werden früher genug noch davon finden. Ich sollte aber erklären, warum es hier irgendwie nicht weitergeht. Touch that. Hier geht es halt nirgends weiter. Oder würdest du ja irgendwo eine Fackel winzen sehen. Eigentlich habe ich ja alles mit Fackeln dazu gekleistert. Hm. Oh nein. Ich springe halt hoch. So fett die. Mega dick sein, aber dann springen wie so ein Kaninchen. Vielleicht finden wir auf unserem neuen Heimatplaneten. Oder die ist auch ne Höhle. Äh, vielleicht finden wir da ja... ... auch ein Tor. Wir regnen es wenigstens. So, und zwiebeln wir uns erstmal was rein hier. Lol. Der Eintopf ist ja immer megageil. Machen wir uns noch ein paar Fackeln. Das muss reichen. Dann auf, auf zu einem neuen Abenteuer. Oh, ich sehe Kohle. Ui, was bist du? Ja, nein. Es ist giftig. Das ist nicht so gut, wenn die Viecher giftig sind. So, wir müssen natürlich alle Ressourcen mitnehmen, die wir sehen. Oder auch nicht sehen. Wir nehmen in Gedanken mit. Müsst ihr nochmal gucken, wie viele Manipulator-Module ich dann habe. Dann müssen wir uns vielleicht einfach nochmal gucken, dass wir aus den neuen Materialien, die wir jetzt sammeln, noch einen Ticken bessere Rüstung machen. Vielleicht finden wir noch ne schöne Waffe. Und dann können wir in das Jagdgebiet der Florianer, Floraner gehen. Und werden dann mal die Hauptquest weitermachen. So, wie weit geht's da runter? Gar nicht so weit. Ich weiß schon, dass wir in Höhlen... Ach, gewick. Also irgendwie, das Silberlandspiel hat schon rein. Ich gewöhne mich langsam da ran. So. Ja, es müsste gehen. Wir müssen nach unten. Solange es noch Erde ist, können wir ja easy uns reingraben. Jetzt habe ich nochmal ein bisschen Holz geholt gehabt. Für Fackeln und so. Das ist halt auch immer, dass man braucht genügend Fackeln und genügend zu essen. Dann kommt man eigentlich übelst weit. Und halt auch ein bisschen Heilung. Nicht schlecht. Das Sand. Wir haben zwar später eigentlich genügend Wüstenplaneten in unserem System. Aber noch können wir ja nicht drauf. Also wir könnten schon, aber... Wäre ja nicht gut für uns. Willst du mich verarschen? Okay, wir sind schon mal an der Sand-Ebene. Könnte schon mal helftvoll sein. Ich brauche Sand. Für... Ja, toll. Ei. Ganz viel Sand. Ich brauche aber keine Lose... Das soll ein loser Schlamm sein. Okay. Das war eigentlich loser Sand. Aber okay. Mal gucken, ob das, wenn man das verarbeitet, dann als loser Sand gilt oder immer noch als loser Schlamm gezählt wird. Okay, was ist hier unten? Das ist eine Falle. Oh lol, wir haben ein Labor gefunden. Das ist eine Falle. 100 pro. Oder ist es... Ne, das ist doch... Das ist eine Falle. Das löst ein Alarm aus. Können wir das aufcutten? Ne, nur Kupferdraht. Ulfram-Plattform, okay. Muss ich kurz hier ein bisschen durcharbeiten. Komme ich hier nie wieder raus. Ja. Haben wir da schon mal was Interessantes gefunden? Mal sehen, was wir noch so finden. Hier geht es schon mal steil nach unten. Was gut ist, aber auch verdächtig. Den grabe ich auch nicht ganz immer so stur nach unten, sondern immer ein bisschen zickzack, weil du da manchmal auch noch mehr Dinge findest. Was so Mini-Basen und alte Tempel und sowas angeht. Packard. Hm, ist das Silber da drüben? Braucht man den Klotz. Also Kohle findet man erstmal zu Genüge, ja.